Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Diese Länder besitzen nicht die elementarsten Bausteine, die man für eine Demokratie braucht. Die einfachen Dinge wie, dass wir tolerant mit denen sind, die eine andere Meinung haben. Dass wir tolerant mit denen sind, die einen anderen am Gott verehren. Dass ein Journalist anderer Meinung sein kann als der Präsident. Und ihr glaubt, man spaziert mal ebenso in ein Land, das auf fundamentalistischen, religiösen Prinzipien basiert? Wirft ein paar Bomben, stürzt den Diktator und schafft eine Demokratie? Hör doch auf. Die Leute wollen keine Freiheit. Sie wollen Grenzen, Regeln. Schutz. Vor Eindringlingen und vor sich selbst. Die Leute brauchen einen Anführer, der sie sowohl unterstützt als auch einschränkt, um das Chaos einzudämmen. Biete ihnen das und sie folgen. Und hier komme ich ins Spiel. Auf geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017